Wir von Howies sind auch heuer wieder auf der Gastmesse in Salzburg sehr groß vertreten, denn unsere Brot- und Gepäcksvielfalt braucht viel Platz. Wir haben auch heuer wieder für reichliche Innovationen gesorgt, beispielsweise mit den Vierkantbroten. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei, die mit ihrer Handlichkeit sich perfekt eignen für die Seminarverpflegung oder für den Cateringbereich. Und hier haben wir noch ganz was Tolles, unsere neuesten Kreationen Apfel- und Topfelstrudel aus handgezogenem Strudelteig zu 100% Hand gemacht. Ab sofort erhältlich bei Howies. Unser Fokus liegt aber dennoch wie schon seit Jahrzehnten beim Folgegarten Tiefkühlteigling. Ihrer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Wie wäre es, wenn man mit einem Fingerfoodgedeck oder gar mit einem Brotspieß. Wie Sie Ihre kreative Note zum Gast bringen, zeigen wir Ihnen gerne auf der Gastmesse. Mein Name ist Doris Komposch und wenn es ums gute Brot geht, dann sind Sie bei uns genau richtig.